Willkommen zurück zu einem neuen Video und ich bin mit der Poppy Playtime Story Es ist wotwürdige Story, okay, und wahrscheinlich Momentan spielen das für halt sehr viele Leute und wahrscheinlich Müssen wir irgendwo hier reingehen, ja genau Also ja, ne Story, ich hoffe ihr freut euch Ich mag Story, ist mega, ich finde die Story ist richtig geil Äh, warte, wo sollen wir reingehen? Fünf Spieler, fünf, oh, sind fünf Spieler das Meister? Oder sechs, oh, ich glaube, ja, fünf Spieler sind das Meister, okay Da kann ich aber noch rein, anscheinend können wir noch fünf Spieler sein Naja, Poppy Playtime wird uns wahrscheinlich verfolgen und uns toten wollen, logischerweise Oder Hagiwagi soll ich das sagen Poppy ist ja die, die, ähm, wie heißt sie, die Puppe Also ja, für mehr Roblox, wenn ihr mehr davon sehen wollt Lassen wir da noch um, da ist der kürzeste Weg, um jetzt zu zeigen Ich will mehr davon sehen, Danny Dann weiß ich quasi Bescheid Oder wenn ihr kostenlos seht, Danny kommt, die Videos, und alle sind kostenlos Es lohnt sich auf jeden Fall Und, äh, oh, ja, wir sind hier Der Anfang sieht irgendwie bei jedem Roblox-Spiegel Genau gleich aus Aber ich bin mir sicher, das wird anders sein, ja Okay, wenn wir hier reden und so Das ist so cool, in Roblox kann man echt alles nachmachen, ne? Ist irgendwie geil Okay, vielleicht bekommen wir ja die Grab-Pack Wow Es ist eine lange Zeit her, dass ich nie in diesem Ort war Sagt Elia Okay Dieser Ort bringt so viele Erinnerungen Warte mal, ganz kurz Du warst schon mal hier? Schon ein bisschen weird, oder? Dass du hier warst Leute Konzentriert euch Wir sind hier, um die Blume zu finden Wir sind hier, um die Blume zu finden, ernsthaft? Okay Okay Das ist komisch Alles klar Jemand soll das grüne Videotape nehmen Äh, von dem TV Äh, okay Ist es nicht da? Finde das grüne Videotape Geht es hier rein? Immer Okay, oh Hat es Hat es gefunden? Ach so, da, meint er Okay, glaube ich stehe Oh Da redet jemand Was, was sagt er? Äh Er sagt, wir sind eingebrochen Ho Lol Wir können uns immer hinsetzen Okay Keine Ahnung, was der Typ da redet Aber anscheinend sollen wir erst nächstes da hin Eigene Zug Die Farben Ach, ich glaube, die werden das schon machen, Leute Wir brauchen ja die Farben des Zuges Okay, wir können da noch nicht durch, leider Noch ist da eine unsichtbare Wand Was ein bisschen blöd ist, aber ist halt am besten so, ne? Wenn man da nicht lang kann, sollte man das lang können Das steht fest Ich will den Grabback haben, das wäre richtig geil Ich will sehen, wie das funktioniert Wie der Redetyp eigentlich? Oh, geht's jetzt? So, die eine Ewigkeit Was warst du mal? Grün, pink, gelb, grün oder so? Leute, wie öffnen wir diese große Tür? Na ja, ist ja eigentlich logisch, oder? Wir sollen den Security-Raum checken Da muss ein Knopf oder sowas sein Ja, natürlich Aber was für eine Farbe war das? Leute, wisst ihr das? Was war das nochmal? Grün Pink Gelb Rot Keine Ahnung Grün Pink Gelb Rot War das so? Ähm Keine Ahnung Bekommen die es auf? Ich geh mal nachsehen Ich bin neugierig Ich geh nochmal nachsehen Ganz kurz Einen Moment, Leute Ich geh mal gleich Grün, pink, gelb, rot Alter, das war sogar richtig Wie hab ich denn das gemerkt? Ist ja komisch Wieso lag das jetzt? Hilfe Okay, warte mal Äh Grün Geht das nicht? Grün Pink Gelb Rot Was geht denn wir nicht? Achso, Enter Ah, Reset Okay, warte Grün, pink Gelb Rot Enter Hä? Das geht nicht auf Das ist ärgerlich Grün Pink Gelb Rot Enter Okay, wir kommen da nicht rein Gibt es da nicht einen anderen Weg? Warte mal ganz kurz Es muss ja irgendwas hier geben, oder? Ja, wieso geht das denn nicht? Ähm Ich versette das Es sollte doch gehen, oder nicht? Grün Pink Gelb Rot Enter Okay, geht nicht Wir kommen da nicht rein Das ist sehr merkwürdig Keine Ahnung, was hier dort los ist Anscheinend wissen die es auch nicht Ich dachte, es gibt Leute, die spielen das mal so zweimal Aber anscheinend die nicht, so wie es aussieht Grün, pink, gelb, rot ist doch Oder vielleicht ist es ein anderes Puzzle Das wäre echt komisch, wäre das ein anderes Puzzle Ähm Das wäre echt merkwürdig Aber okay Ja, ich weiß nicht, was wir tun sollen Ich sage, anscheinend kommen wir nicht weiter, ne? Grün, pink, gelb, rot, aber Das funktioniert irgendwie nicht Das ist sehr merkwürdig Das verstehe ich doch nicht, wieso das nicht geht Es sollte normalerweise gehen Reset Grün Pink Gelb Rot Enter Geht nicht Alles klar, es geht nicht Also ich weiß Bescheid Oh What? Wir können einfach durchspringen? Oh mein Gott Was war das denn? Habt ihr das gesehen? Das war sehr merkwürdig Ich... Die Tür war nicht mehr offen Ich bin einfach durchgesprungen Die haben gesagt, ich habe es geschafft Hä? Und wir standen da alle Haben nichts geklickt? Oh, schau mal Das ist Hagiwagi Tja, das ist er wohl Das ist so... Ich bin der Einzige, der sich durchkommt, oder wie? Oh mein Gott Weil ich habe die Tür gar nicht aufbekommen Ich bin durchgeglitscht Und jetzt komme ich nicht mehr zurück Oh mein Gott Ich glaube... Was ist das für ein Spiel? Warte mal Ah, das ist ein Knopf Wir müssen die Tür öffnen Hier soll ich wieder mich verbargen, oder was? Ist ja voll weird Hier vielleicht Oh ja Ach so Okay Ich finde eine blaue Hand Hätten wir nicht die davor schon finden sollen? Eigentlich schon, oder? Eigentlich schon Sehr merkwürdig Aber okay Blaue Hand Werden wir bestimmt finden? Kann ich mir nicht anders vorstellen Hier vielleicht bei Power Was kinniert? Okay, dieses Spiel ist ein bisschen laggy Ich glaube aber nicht, dass er mir liegt Ehrlich gesagt Das wüsste ich eigentlich Obwohl Roblox ist Roblox Lake ist auch merkwürdig Aber seht ihr, dass es wackelt so ein bisschen Wenn ich spiele So ein bisschen wackelig ist das Okay Was sollen wir noch finden? Oh Haben wir ihn gefunden? Oh nice Hier hat irgendwas gemacht Sehr schön Keine Ahnung, was da passiert ist Aber Finde ich gut Was tun wir jetzt? Tja, gute Frage Schau Oh Hagiwagi hat einen Schlüssel Woher wissen Die wissen wie er heißt War der ja logischerweise Oh mein Gott Das ist so cool Hagiwagi Der Hagiwagi Song Oder wie geht der nochmal? It's Hagiwagi Hagiwagi Bla 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 Irgendwie so eine Art war das Willst du nicht genau nachmachen Ansonsten Werdet ihr nie Musikstar So wie ich Lass uns den Kontrollpanel finden Okay Das Ding ist Hä? Was ist das für Sounds? Habt ihr das gehört? Also ich dachte das gehört zum Spiel Aber ich meine das gehört auch Oh Hier da ist ja pink Crazy Ich glaube das war sogar beim Spielen Ne? Die pinken da dabei Die heißt ja hier wie What? Ja das ist neu Das war aber beim Spiel nicht dabei Wie heißt die nochmal? Chrissy Wissi Missy 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 Oder sowas Oh mein Gott Finger runter Ach du Kacke Was ist hier los gerade? Okay Habs gefunden So Das sieht sehr merkwürdig aus Was ist das hier? Hammer Oh die Tür ist offen Nice Finde ich gut Finde ich sehr sehr gut Okay Lass es nach oben gehen Alles klar Werden wir tun Ich hoffe ich So ein paar Giwagos verfolgen wird Es gibt mittlerweile Ein paar gute Spiele Bei Roblox Mit Ähm Poppy Playtime Ich weiß nicht wie die das So gut hinbekommen haben Die Map und alles Das haben die echt gut hinbekommen Ich weiß jetzt mal rein Wo ist Hagiwagi? Tja Der ist einfach abgehauen Der wurde entführt Ich weiß nicht Lass es aber weitermachen Ja Sehr guter Plan Ach du Wie soll da lang? Natürlich Dieser Ort macht mir Angst Ich denke wir sollten verlassen Tja zu spät Jetzt müssen wir die Blume finden Ich weiß nicht welche Blume Wieso sind wir überhaupt Ne Wir sind ein alter Mitarbeiter im Spiel Ne Machen wir mit der Suche weiter Okay Dann gehe ich mal Dann gehe ich mal durch diesen langen Flur Ich habe Angst Ja gut Das kann ich verstehen Dass du Angst hast Ich auch Kann ich auch verstehen Dass du Angst hast Keine Frage Lass mal hier lang gehen Mach mit der Suche weiter Okay Wollen wir tun Oh mein Gott Okay Ah Oh nein Er ist tot Tja das ist er wohl Das ist er wohl Hat Hagi das getan? Ich weiß nicht Vielleicht hat er ihn zu stark umarmt Das kann natürlich sein Er heißt ja Hagi Wagi Also ein Umarmer Wagi Echt komischer Name Auch diese Dinger Boah voll gut gemacht Was? Hagi Wagi muss hier irgendwo In der Gegend sein Hm Was jetzt? Okay Warte mal Was ist jetzt los? Wo können wir Die Sachen finden? Ah Hier ist was rotes Rote Batterie Habe ich doch Habe ich doch Ich will der Erste sein Der es aufhebt Hör auf Du darfst es nicht aufheben Ich bin Okay Okay Ist in Ordnung Wir haben leider den Grabpack gar nicht Das macht das Spiel gerade Schlechter Also das gibt auf jeden Fall Jetzt kann es eigentlich keine 10 Punkte geben Wenn so etwas wichtiges fehlt Geht es eigentlich gar nicht Dass 10 Punkte fehlen Was ich meine Also 10 Punkte kann man nicht bekommen Also er kann vielleicht Jetzt ohne Grabpack kann er eigentlich nur 7 von 10 bekommen Was? Du siehst mich Tust du nicht Das wissen beide Du kannst mich nicht sehen Ich bin unsichtbar Okay Ach hier ist er jetzt Okay nice Keine Sorge Leute Ich kenne diesen Part Niemand muss die Power anmachen Alter das ist neu ne Hagiwagis Okay Hier ist die Maschine Können wir Nein geht leider nicht Okay wir sollen noch anscheinend nach oben gehen Wie viele Leute sind denn hier? Hier sind nur 2 Leute Aber hier sind mehr oder? Mehr als 2 auf jeden Fall Enter Achso er ist anbekommen Okay nice Ich würde mir trotzdem gerne kurz angucken Was da oben ist Wow ist das cool Dann kann man hier durch springen Okay Was jetzt? Out of order Achso da müssen wir rein Habt ihr das gehört? Ähm ne Oh Wollen wir raus? Laber nicht Es ist Hagi Oh my god Tatsächlich Warte mal Alter Alter Renne Ja funny Wo soll ich denn rennen? Da rein? Oh my god scheiße Ich gehe rein Ich gehe rein Ich bin tot wenn ich hier rein renne Hier rein? Ja Let's go Okay und jetzt? Oh my god scheiße Oh my god Das ist gruselig Wo lang sollen wir? Ich gehe hier nochmal lang Ich will gucken ob wir hier lang gehen können Ja Hier Oh Haben wir es geschafft? Ich weiß halt nicht wo wir sind Wir haben es geschafft anscheinend Wow Das war knapp Das war voll geil Erneut gut gemacht Habt ihr das gehört? Ich habe jetzt ohne scheiß Schiss Oh Nicht schon wieder Achso Oh my god Renne Ach du kacke Rennt Ja funny Die wollen mich so verarschen Ich bin der Weglauer Oh my god Wo lang aber? Freut ihr mich noch? Ähm Wo lang renne ich gerade? Ich hoffe ich erreiche keine Sackgasse Oh nein Ich sag das und dann passiert das Leck 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 Leute das kann nicht an mir liegen Ich habe jetzt so eine kleine Wahrscheinlichkeit Liegt es an mir Aber ich habe jetzt keine Programme auf Und die irgendwie Mal ein bisschen langsam machen oder so Wurde ich keine Deswegen Ich glaube das liegt wirklich im Spiel Muss es eigentlich Okay Hm Wo sollen wir lang gehen? Gehen wir lang vielleicht? Ich glaube ja Na dann werden wir das halt tun Würde ich stark behaupten Oh da ist Ist das der Ausgang? Alter Nicht schlecht Wir haben ihn gefunden Oh Ich will nicht unterfallen Jetzt kommt es Oh my god Ah Das war die Stelle Die Stelle war so geil Oh my god Ich bin fast untergefallen Ja Endlich Tja Ich war nie so glücklich in meinem Leben Noch nie Wow Oder ist der TV sogar Ich sagte wir werden sterben Ja ich dachte auch wir werden sterben Okay Kommt der Typ Wir haben es geschafft Tja Aber Wir sind so nah dran Lass uns unsere Freunde zurückholen Ey das Spiel ist echt gut gemacht Muss ich sagen Na Da können wir auch nicht rein Okay schade Ja auch nicht Okay Wir müssen ja nur zur Puppe gehen Egor Oder wie immer der heißt Der hier ist Der chillt einfach nur Hier ist die Puppe Oh my god Hallo ich will dich rausholen Aber wir haben es geschafft Emding Chapter 1 Jetzt müssen wir warten bis Chapter 2 rauskommt Dann können wir es ebenfalls spielen Wenn es nicht verband wird aus Roblox Das werden wir dabei sehen War es das denn Uh das hat sie auch im Spiel gesagt Oh das Spiel ist Ich liebe solche Spiele Ich liebe sie mega Chapter 1 Poppy Playtime Story War tatsächlich Verbesserungswürdig Aber echt gut Also ich finde man sollte auf jeden Fall ein Grabback haben Das ist ja wichtig Aber okay Leute Ich werde das Video von euch verstehen lassen Wenn du noch eine Mehr High-Bug-Spieler Und noch mehr Roblox sehen willst Lass es mal oben da Äh abonniere kostenlos Falls du bin jetzt direkt wie die Glocke Dann gehörst du mich zu Glocken Einfach auf die Glocke Und ich sehe dich im nächsten Video wieder Bye